Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da das letzte Video mit dem neunjährigen Pro bei euch so gut angekommen ist, gibt es heute das nächste mit ihm. Und zwar hat der ProKill 1000 Übelbugs bekommen. Wie das alles genau ablaufen wird, erkläre ich da nochmal später. Ich würde sagen, ich fange einfach direkt an. Sein Kanal ist auch noch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich streame mit ihm oft auf seinem Kanal. Also er streamt, glaube ich, jeden Tag und ich bin auch oft dabei. Also schaut dort auf jeden Fall vorbei. Und ja, los geht's mit dem Video. Hallo. Hallo. Und was geht? Nicht viel bei dir. Bisschen Fortnite. Jo. Wie viele Vibugs hast du eigentlich gerade? Ähm, 150. Hättest du gerne ein paar mehr? Ja. Hast du Lust, dir gleich ein paar Vibugs zu verdienen? Na klar. Okay, ich habe mir gedacht, wir werden jetzt drei Runden Duos spielen. Und dann werde ich alle deine Kills zusammenzählen von den drei Runden. Und dann bekommst du pro Kill 1000 Vibugs. 1000 Vibugs? Ja, 1000 pro Kill. Oha, gerne. Wie viele Kills machst du so durchschnittlich pro Runde? Oh, nicht so viele. Zwei bis fünf. Nicht so viele? Fünf wären schon 5000 Vibugs. Okay, komm, lass einfach anfangen. Äh, die erste Runde spielen und dann mal schauen, wie viele Kills du in der ersten Runde schon mal machst. Alter, ich hoffe, du machst jetzt nicht irgendwie 20 Kills oder so in der Runde. Ich hoffe schon. Was ist so dein Ziel? Äh, für alle drei Runden, wie viele Kills willst du insgesamt haben? Insgesamt so sieben wären schon cool. Sieben? Okay, das wären 7000 Vibugs. Okay, du kannst alles entscheiden, wo wir hingehen, was wir machen. Willst du als erstes landen? Ähm... Fatal Feals. Fatal, okay. Boah, das ist auch gerade meine erste Runde. Also, ich bin nicht wirklich eingespielt. Aber, äh, du musst ja heute alles machen. Das sind ja deine Kills. Ja. Oh, ich flieg richtig scheiße. Okay, ich lande hier vorne. Weil ich schaff's nicht weiter. Okay. Sind beide ihr Gegner? Ähm, bisher hab ich noch keine gesehen. Gut. Ich hoffe, ich werde heute nicht armen. Ich glaube, es sollte sind safe welche. Da müssen eigentlich welche sein. Hast du noch vielleicht eine Shotgun oder so für mich? Ähm, eine taktische. Mehr leider nicht. Aber dir ist schon klar, ich versuch's so gut wie möglich, dir die Kills abzustorben. Ähm, ja. Hast du dann eigentlich auch vorhin eine Runde tiltet oder so zu landen? Oder ist dir das zu riskieren? Ähm, ich denk mal in der letzten Runde mal schauen, wie ich bis dahin stehe. Oha, du bist ja schon viel weiter. Ja, ich muss ja alleine losgehen, damit mir keine Kills geklappt werden. Bei mir sind welche. Sehr gut. Ah, neben mir fliegt auch einer. Der fliegt, glaub ich, zu dir. Oh, du hast nicht mehr viel Leben. Hä, wie bist du da jetzt runtergesprungen? Hä, da sind so viele. Hä? Hä? Hab einen. Hab zwei. Hast du beide? 2000 V, was? Was? Nein. Er hat mir so viel Schaden gegeben. Hey, wie konntest du den noch holen? Ich weiß nicht. Fuck. Ich hatte Minis. Direkt in der ersten Runde. Hier, komm. Ich geb dir Minis. Danke. Das ist ein Galaxy-Skin. Ja, der hat zwei Hits. Hab einen getroffen. Beide 50 Schaden. Ich hab den anderen. Ich hab wieder einen. Fuck. 3000 V war es schon. Habt ihr irgendwie Verbände oder so? Weil ich hab nicht gerade viele. Ich hab gar nichts gebootet. Ich hab ein Mini für dich. Ich hab leider nicht so viele Materialien. Wie viel hast du denn? 400. Warte, ich geb dir ein bisschen. Jetzt haben wir gleich viel. Alter, die erste Runde immer am Tag ist so komisch. Komm her, ich hab noch einen Jump. Ich geb dir das einfach. Danke. Du bist ihr Gegner. Ich hab einen. Lass ihn mit dem Jump. So, ich muss den Kill schnell bekommen. Ja, hab beide. Mist. Ja. Komm hier, Lagerfeuer. Komm, wo sind ein Gegner? Keine Ahnung. Oh, Kills. Könnt ihr uns ein Flugzeug umholen? Und dann Gegner suchen. Ich denke mal so ein Tilted vielleicht. Oder da hinten auf 300. Acht Gegner. Ah, da fliegt ein Flugzeug. Über Tilted. Ich glaub, die meisten sind dann Tilted. Oh ja, ich seh Gegner bei dir. Ich seh die auch hinten beim Laden. Also nur noch welche. Ja, wo gehst du hin? Ich fahre mir die lieber ab. Naja, schlau. Äh. Ja. Ja. Nice. Fünf Kills. Erste Runde. 50. Erste Runde 5.000 Vivax. Hier ist auf jeden Fall ein Lootjob neben uns. Oh, zwei gegen zwei. Ah. Nein. Was? Was? Oh, ich glaub ich muss jetzt alleine kämpfen. Ich kann dich glaub ich nicht holen. Oder? Und die Puschen. Nein. Nein. Ist mir eigentlich egal, ob wir stellen, boh, ob du bekommst viel. Was? Nein. 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 aber trotzdem 6000 vorwachs für die erste runde bereich nicht vielleicht eine runde ja okay komm nächste runde okay willst du die runde hin hier also wieder auf safe okay das ist jetzt eine neue stadt vielleicht kommt okay hoffentlich sind das schön viel gegner die auch schon direkt stehen ja null kills ich habe den einen sogar noch geholt ich glaube du hättest nicht so ein pushen dürfen ja okay komm letzte runde hoffentlich stellen wir jetzt wieder direkt am anfang also willst du jetzt wieder auf glück spielen ja also entweder direkt sterben oder viele kills wo landest du in passend oh ja genau für ein fall war spontan ungefähr damit ich auch weiß wo ich lande ich glaube hinten links bei den häusern ja beide im blauen haus neben diesem haus nein hab einen okay jetzt sind 7000 vorwachs im haus neben mir im grauen sind auf jeden fall noch welche ja da sind welche auf 75 was ja nein ja Den anderen. Okay, zwei. Ah, du hast jetzt wieviel vor was? 8000? 2000. Ich mein mit den anderen zusammengerechnet 8000. Einer noch 32. Nein. Ey, wenn du den jetzt bekommst, ne? Hab ihn. Okay, du hast bis jetzt 9000. Denkst du, du schaffst noch die 10.000? Oh, das wär toll. Bist du eigentlich zufrieden bis jetzt? Mit den Kills? Ja, aber einmal unglücklich gestorben. Ah, bei mir sind Gegner. Mann. Jetzt hast du die 10.000 voll. Ja, endlich. Hä, was? Du hast ihn bekommen? Hä, wo ist er? Ich hab ihn nicht gesehen. Ja. Nein, Mann. 6.000 plus 12.000 vorwärts bis jetzt. Ich hab mir die geht hier. Alter. 13.000. 14.000. Oh mein Gott. Alter, fuck. Das wird teuer. Ja, wo sind die jetzt alle? Weiß ich nicht. Such dir auch gerade. Zwei Teams. Ah, bestimmt da beim Fußballplatz irgendwo. Verstecken die sich. Was? Hä, wie du hast einen? Ey, Junge, das ist unfair. Hä, wo sind die denn? Hä, wenn du die noch holst, ne? Ah, nice. Du hast nicht mehr viel hin. Ja! Nein! Haha. Beide Kills bekommen. Aber wir haben zwei Runden gewonnen. Ja, ist doch gut. Wie viele Kills hast du jetzt? Ich glaub nicht sehen. Äh, 9. 9 plus 15.000 V-Bucks. Oh mein Gott, so viele V-Bucks hatte ich noch nie. Ich glaub, ich werd reich. Okay, hast du eingegeben? Die Code? Ja, ich hab alle eingegeben. Vielen Dank für die V-Bucks, Mann. Dankeschön. Kannst du mir vielleicht davon noch ein Bild schicken? Äh, ja, kann ich machen. Ich schick's dir in welchem Mund. Oh, 19.650 V-Bucks. Hattest du jemals schon mal so viel? Nein, so viel noch nie. Also das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's Video gefallen, falls ihr mehr Videos mit den neunjährigen Pro sehen wollt. Und lass gerne einen Daumen nach oben da. Und vergiss nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wir warten, bis zum nächsten Mal.